Kiefer ist ein majestätischer Baum unserer Wälder und ein berühmter Arzt. Nützliche Eigenschaften besitzen Harz, Nadeln, Knospen, Pollen und Beulen. Wobei in der Kegel Kiefer akkumuliert Wirkstoffe für die Zukunft, dadurch werden sie wertvoll für die Behandlung von verschiedenen Krankheiten. Im Öl von Tannenzapfen enthält Flüchtige, die antimikrobielle und Immunokrebe-Eigenschaften Tannine, verbessern Blutzirkulation, reduzieren das Risiko von Thrombosen, Pycnogenol, wirksam in der Reinigung der Gefäße von Cholesterin. Ölmilchzapfen der Kiefer ist reich an Vitaminen A, B, E, C, K, Ölsäure und Säuren, Eisen, ätherischen Ölen und Lipiden. Harzperfekt lindern Entzündungen und stärken die Gefäße, lindern Schmerzen, beseitigen die Entzündung in den Gelenken und fördern die Wiederherstellung der Funktionen der Gelenke.